Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Geradengleichung. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man den y-Achsenabschnitt einer Geraden ablesen kann. Das bedeutet, du sollst jenen Punkt ablesen können, an dem eine Gerade die y-Achse schneidet. Und dein Ziel für dieses Video ist es, die allgemeine Form einer Geradengleichung kennenzulernen. Hier steht nun, die Lösungsmenge von y ist gleich k mal x plus d ist jene Gerade, die erstens durch den Punkt 0 d verläuft, also durch diesen Punkt her, bei dem ist die x-Koordinate 0 und die y-Koordinate d. Und zweitens, der die Steigung k hat. Bevor wir hier im Detail darauf eingehen, schauen wir nochmal zu einem vorangegangenen Fenster zurück, nämlich zum Fenster Ursprungsgerade. Hier haben wir schon gezeigt, dass die Lösungsmenge von y ist gleich k mal x plus d jene Gerade ist, die durch den Ursprung geht, also durch den Punkt 0,0 verläuft und zweitens die Steigung k hat. Was ist jetzt genau hier der Unterschied zu diesem Fenster? Wir haben hier bei der Geradengleichung hinten ein d angehängt, also y ist gleich k mal x plus d. Wir sehen hier nun, dass die gelbe Gerade eben durch den Punkt 0 d verläuft. Es gibt aber eine parallele Gerade, also eine Gerade, die genau dieselbe Steigung hat wie die gelbe, aber durch den Punkt 0,0 verläuft, durch den Ursprung. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Geraden? Also die beiden Geraden sind parallel, also haben die selbe Steigung. Es ist in jedem Punkt, unterscheiden sie sich aber genau um den Wert d. Schauen wir uns das für den konkreten Fall der Punkte a' und a an. Der Punkt a' hat die x-Koordinate xa und die y-Koordinate ya. Und der Punkt a hat dann ebenfalls die x-Koordinate xa, also die x-Koordinate für beide Punkte ist die gleiche. Der Punkt a liegt aber auf unserer gelben Geraden und hat somit die y-Koordinate ya plus d. Also dieselbe y-Koordinate wie der Punkt a', aber genau um d nach oben verschoben. Wir können nun sehen, dieser Punkt a' liegt ja auf der türkisen Geraden, ist somit eine Lösung, also ist Lösung, ich glaube es jetzt habe ich hier reingeschrieben, ist Lösung von y ist gleich k mal x. Und der Punkt a' liegt auf unserer gelben Geraden und ist damit eine Lösung, also ist Lösung von y ist gleich k mal x plus d. Und damit haben wir gezeigt, dass die Lösungsmenge von y ist gleich k mal x plus d wirklich jene Gerade ist, die durch den Punkt 0d verläuft, weil sozusagen die Punkte, also die türkise Gerade läuft ja durch den Punkt 0,0, also durch den Ursprung und diese Gerade hier ist einfach um d nach oben verschoben. Das heißt, also die durch den Punkt 0d verläuft und die die Steigung k hat.